Hallo und willkommen zu einem kleinen Infovideo oder sollte ich eher sagen YouTube nervt mich heute ganz gewaltig ja ihr seht mal hier meinen Video Manager und ihr seht auch hier dass drei Videos fehlgeschlagen sind abzuladen so zum einen Minecraft together was heute eigentlich um 13 Uhr kommen sollte mein Subbinding of Isaac was 14 Uhr kommen sollte und mein Hellier was um 16 Uhr kommen sollte so ich habe seit gestern das Problem dass YouTube mir meine Videos nicht mehr annimmt alleine Isaac habe ich heute schon zweimal versucht hochzuladen und ich weiß nicht was YouTube im Moment wieder für Probleme hat ihr wisst ja es kommen im Moment zwischen vier und fünf Videos am Tag ich hatte heute früh hier schön mein Minecraft together als nächstes war drin The Binding of Isaac danach kam Minecraft Singleplayer danach kam hier hell yeah und Edna bricht aus so von diesen fünf Videos hat YouTube mal gemeint ne die drei die kann ich nicht leiden die möchte ich nicht haben bei den beiden ohne Problemen hochgeladen wie immer gab es da nichts so es ist natürlich ärgerlich ich habe mich vor bevor ich in die Arbeit gehe hocke ich mich an den Rechner macht die ganzen Videos für euch fertig schmeißt die rein damit ihr am Nachmittag auch was zum sehen habt so ich komme heute Mittag nach Hause schön Mittagspause gehabt guck in meine Video Manager beziehungsweise hier ins Upload Fenster und sehe drei Videos hat er nicht gefressen denke ich meine ja kann schon mal vorkommen schmeißt du einfach die Videos nochmal rein ihr seht selber ich habe die Mittags um zwölf reingeschmissen die zwei Gigabyte Parts brauchen bei mir ungefähr eine Stunde bis sie oben sind ja 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 komm jetzt nach Hause ihr seht selber es ist jetzt fünf die Videos sind wieder nicht hochgeladen ich versuche es jetzt noch mal zumindest heute den Isaac Part hochzuladen denn es geht ja mal gar nicht ich habe seit drei Monaten müssten müssten es jetzt sein habe ich oder fast schon vier keine Ahnung habe ich euch jeden Tag ein Isaac Video gegeben das wäre heute seitdem ich mit Isaac angefangen habe der erste Tag an dem es kein Isaac gibt und das nervt mich da ihr denkt euch jetzt ja ist ja nicht so schlimm für mich ist es schlimm in dem Sinne da ich mir hier die Arbeit mache also nicht die Arbeit für das Game selber sondern die Arbeit macht das Ding hochzuladen und YouTube einfach meint nö du das Video will ich nicht haben ja ich wollte euch nur noch mal kurz mitteilen mir tut es echt leid dass es heute noch kein Isaac gegeben hat sollte ja eigentlich um 14 Uhr online sein ähm ich probiere es jetzt noch mal hochzuladen und äh mehr kann ich für heute nicht machen sollte es heute wirklich gar nichts mehr werden muss ich euch leider auch morgen vertrösten dann gibt es hier morgen den zweiten Teil von dem Cane Run und ich hoffe mal dass ich ihn zumindest noch raushauen kann und ich hoffe ihr versteht es könnt es nachvollziehen ihr seht es ja hier und wir sehen uns zu einem meiner nächsten Videos bis dann wir sehen uns zu jedem dann Untertitelung des ZDF, 2020